Mein Vater hatte eine Schrotflinte. Wir sind zu weit auseinander. Süße Träume. In deinem Beruf kommst du sicherlich weit in der Welt. Tarnung an. Wie ist Redford so? War das jetzt wirklich ernst gemeint? Du hast doch bestimmt eine Lieblingsstadt, oder? Meist hocke ich im Baum oder starre aus einem kaputten Fenster und warte auf einen freien Schuss. Das ist doch ein Grund näher, dir alles anzusehen, oder? Ich sehe nur mein Fadenkreuz auf dem Kopf eines Ziels. Was wird nicht möglich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vielen Dank.